Wir sind das Team Alpaca News. Mitgearbeitet haben Felix, Leo, Julie, Julius und ich, Mitya. Unser Problem war es, die Verbreitung von falschen Informationen auf verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel Twitter. Das ist sehr oft passiert bei großen Ereignissen, wie zum Beispiel letztens bei der Präsidentschaftswahl. Twitter ist eine Social Media Plattform, wo man Texte und Medien teilen kann mit anderen. Und wir wollten stattdessen wahre Informationen verbreiten und da haben wir uns gefragt, wie wir jetzt die Glaubwürdigkeit von Quellen bewerten können. Unser M-Produkt ist eine Webseite, die zur Einschränkung von Fehlinformationen dient durch Up- und Downvoting von Quellen. Da oft Tweets Fehlleitungen bekommen durch falsche Quellen an Skam. Bei uns wird jeder Post, der hinterlegt wird, einzeln gevotet, um hinzubeweisen, ob er fake ist oder ob er seriös ist. Und für jeden Post muss als Beleg mindestens eine Quelle angegeben sein. Und die Bewertung und das Voting passiert nicht automatisch, sondern durch menschliche AnwenderInnen. Das war uns auch besonders wichtig. Und um Spam zu vermeiden, braucht man auch ein Profil zum Voten oder Erstellen von Einträgen. Und sonst, wenn man nicht angemeldet ist, kann man sich die Beiträge nur anschauen und auch die Kommentare lesen. Für die Webseite und das Webdesign haben wir hauptsächlich Bootstrap und HTML benutzt. Danach haben wir auch noch CSS zur Verschönerung und JavaScript genutzt. Für die Hintergrundsachen, also für das Backend und die Datenbank, haben wir Django und Python benutzt. Außerdem haben wir eine Twitter-API. Eine API, wie euch vorhin schon erklärt wurde, ist eine Schnittstelle zwischen zwei Apps. Also bei uns zwischen unserer Webseite. So sieht unsere Webseite aus. Unser Name, AlpacaNews, mit unserem schönen Logo. Wir haben oben eine Navigation-Bar mit verschiedenen Kategorien, in denen Tweets widerlegt werden. Hier sind wir jetzt gerade in der Kategorie Politik. Wir sehen hier, dass ein Tweet von Senator Dupas Triano widerlegt wurde mit der Quelle Wikipedia. Und hier sehen wir, wie viele Up- oder Downvotes diese Quelle bekommen hat. und was für Kommentare es gibt. Wir können auch selbst Kommentare hinzufügen. Jedoch bin ich nicht angemeldet. Das kann ich jetzt einmal zeigen. Kann man sich anmelden. Wenn man keinen Account hat, kann man sich registrieren. Ich habe jetzt schon einen, also logge ich mich ein. Dann bin ich eingeloggt. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch einen Tweet hinzufügen. Ich habe das schon mal vorgefertigt. Das ist jetzt ein Tweet von Donald Trump unter der Kategorie Politik. Und diesen kann ich jetzt einmal hinzufügen. Ich habe als Beleg dafür, dass es eine falsche Quelle ist, ein falscher Tweet ist, die Quelle Tagesschau verwendet, welche vertrauenswürdig ist. Hier noch einmal die Bilder von unserer Seite. Wir haben uns auch noch überlegt, was wir in Zukunft mit unserem Projekt machen möchten. Und besonders ist uns eingefallen, dass wir auch noch weitere Dienste einbeziehen möchten. Nicht nur Twitter, weil es natürlich Twitter nicht nur die einzige, das einzige soziale Medium ist, wo Faltinformationen existieren, sondern beispielsweise auch bei Facebook, Instagram oder auch Telegram. Auch dazu möchten wir noch aufgrund von den Tweets, die wir bekommen, Vorschläge von weiteren uns bekannten Tweets machen mit ähnlichen Quellen. Aus dem Grund, da wir damit den NutzerInnen es einfacher machen wollen, Tweets hinzuzufügen zu unserer Seite. Außerdem möchten wir noch weiterhin definieren, welche Quellen vertrauenswürdig sind. Wir haben schon ein paar, aber möchten auch weiter das machen. Und auch, dass die Beiträge sortiert werden nach einem bestimmten System. Beispielsweise nach Wichtigkeit, wie zum Beispiel, dass ein Tweet von Donald Trump wichtiger ist, als von irgendeiner Person. Zum Schluss möchten wir uns noch bedanken bei unseren MentorInnen, David, Pia und Yuki. Und natürlich an die gesamte Jugend HaktOrga für die Organisation dieses tolles Events.